so war die letzte kommission tatsächlich also sogar ist erledigt so ich gehe mal ganz kurz speichern ich habe keinen bock die mission normal zu machen und dann ja haben wir das schon mal jetzt müssen wir erst mal gucken hier so das haben wir ja voll mal hier rüstung wieder mitnehmen es ist jetzt extra nicht nur wegen der paria hat glaubt nicht oder warum eigentlich extra quatsch hat da passt schon so würde sagen dann machen wir noch keine runde dann gucken wir mal sehen was das auflage hat fernos geil ja was klippe ich heute eigentlich für autos sag mal ich klippe hier heute irgendwie auch jedes auto ah ja das haben die bullen gerade hier sehen war ja klar ist ja in san andreas irgendwie voll lustig da kannst du autos klauen autos klauen autos klauen von der nase der bull die juckt es einfach nicht irgendwie aber hier finde ich das dann schon interessant wenn du mal im auto jemanden aus dem auto ziehst so der jamaika die okay also niemand soll überleben das heißt ja so ist das dass das kartell erwartet eine jahr die gang stand da gerade irgendwie wir sollen jetzt ein jahr die wagen klauen stand da gerade das weiß ich aber jetzt auch nur weil würde das eigentlich hier stehen irgendwie bei missions-infos doch ja das kartell erwartet eine jahr die gang klauen jahr die wagen fahrt nach norden in newport findest du ein ja da ist man jetzt auf sich alleine gestellt man muss mit jahr die wagen finden der kann irgendwo sein in newport soll irgendwo da stehen ich weiß gar nicht wo darauf die jetzt extra hinaus wollen also keine ahnung wo und jahr die wagen rumstehen soll wir müssen den jetzt eigentlich finden mehr oder weniger mal gucken das ist ja nicht der jahr die wagen ich würde sagen wir fahren einfach mal ein bisschen durch newport rum durch newport rum was keine ahnung war ja klar dass die auf mich schießen mal gucken der jahr die wagen ist das ist ja glaube ich warte mal der hat so die leopardensitze so ein bisschen oder ist er hat keine leopardensitze aber ist auf jeden fall die wagensorte hier ja es ist ein idaho also ja die wagen ist im prinzip ein idaho nur der hat halt immer rote farbe und es hat so leopardenartige sitze bin ich mich retten sind was rot ich glaube ja ein bus null ja die müssen wir jetzt irgendwie rat finden bus trash master leckt mich am arsch das könnte sein ja doch daher das ist alles ist alles so ja ich meine wagen ja das ist die diese leopardensitze hol den kontakt man ab zum glück könnt ihr noch keine reifen zu schießen so ich würde sagen ich werde die musikerex reparieren ich weiß nicht muss ich eine heilige kamera haben aber ich glaube ich hätte was gesagt nicht eine heilige kamera haben müsste ah ja ist klar gut einmal der kontaktmann der ist dahinten mal ist der blöd man hat der lange leitung das treffen findet auf dem parkhaus kranken platz auf dem krankenhaus parkplatz statt schon wieder ein bus geldtransporter aber meine kommt nur seltene fachzeuge warum sind die seltene immer so häufig schlimm so da hinten soll der sein jetzt muss erstmal gucken wo wir runter kommen ohne das fahrzeug gleich zu schrotten ups drück auf die hube damit der deal in gang kommt wo 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 warte warte nee falsche der ist auch tot so tot sind sie irgendwie hier ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt die waffe die richtige zu finden wir sollen die autos zerstören hier kann das sein also erstmal nehmen wir die tasche mit aber wir sollen die autos noch verschwinden lassen ich habe übrigens meinen typen hier mitgekillt gerade ich meine ja Kenji hat richtig gesagt niemand soll überleben ja alles zerstört mit einer granate noch und dann hau mal wieder ab niemand hat überlebt außer ich aber irgendeiner muss ja noch schließlich zurückbringen oder hallo ok es ist schon der seltsame karre was halt ein eider hau was willst du gut einmal zum casino runter und dann ich will das mal machen ja 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 so geht sogar Kenji's 25.000 immerhin für's nichts tun eigentlich na gut ein paar Leute haben wir gekillt aber was soll's so die karre dürfen wir nicht mitnehmen nehmen wir ein banschi akzeptiere ich auch so gut das haben wir ja mal zwei missionen gemacht ich würde sagen wir machen jetzt was für die 100% wieder das war da auch mal ein bisschen weiter kommen aber wenn ich ganz ehrlich bin dann sind wir da sogar ganz gut dabei ein und im der rot nicht berin die dynamic phase fitness Hud